Fünf gebrauchte Autos mit Spaßfaktor und Power für unter 20.000 Euro, der Ford Mustang der sechsten Generation. In Europa offiziell zwei verschiedene Modelle. Einerseits den 2,3 Liter 4 Zylinder EcoBoost und den 5 Liter V8 Motor. Der 3,7 Liter V6 Motor, den gab es nie offiziell in Europa, das war in den US Grauenport. Man kann Europa Modelle noch an was anderen erkennen und zwar an den Heckleuchten. Die sind in Europa nämlich gräulich weiß, wenn die amerikanischen Modelle rote Heckleuchten haben, die auch rot blinken. Wem es wichtig ist ein Europa Modell zu haben, aber trotzdem die amerikanischen Heckleuchten haben will, da gibt es mit E-Prüfzeichen mittlerweile Nachrüstlösungen. Das Schöner Mustang Wartung und Reparatur sind relativ günstig. Probleme gibt es hauptsächlich bei den frühen Modellen, bei der Elektronik. Der Grund hierfür ist, dass Nagetiere die Kabelisolierung lieben und daher kommt es zu Schwierigkeiten. Natürlich bei so einem Fahrzeug Bremsen und Fahrwerk muss man sich angucken, man weiß nicht wie der Vorbesitzer damit gefahren ist. Und wenn es ein Handschalter ist und die geht ein bisschen schwergängig, keine Sorge, das ist absolut normal, es darf nur nicht kratzen. Ansonsten noch ein Problem mit dem Synchronring. Wir bleiben bei Ford, der Ford Fiesta ST Mark 7. Ein Kleinwagen mit fast 200 PS, einem toll abgestimmten Fahrwerk und Recaro Sportsitzen. Der Fiesta gehört mit zu den erfolgreichsten Modellen Fords und das macht auch Sinn, denn er ist günstig, zuverlässig und macht verdammt viel Spaß zum Fahren. Wo wir bei Spaß am Fahren sind, haben wir natürlich auch Nachteile. Leute, die so ein Auto kaufen, fahren das auf eine bestimmte Art und Weise. Auch hier müssen wir dementsprechend gucken auf das Thema Fahrwerk und Bremsen. Im Extremfall sogar nach der Fahrzeugsteifigkeit, damit nicht alles knirscht, wenn man über irgendwelche Bodenwellen fährt. Und weil da so viel Spaß macht, haben die meisten Inserierten leider auch über 100.000 Kilometer auf dem Tacho. Und einige sind auch mehr oder weniger sinnvoll verbastelt. Der 1,6 Liter Vierzylinder, der macht richtig, richtig viel Spaß. Das Fahrwerk ist wirklich fantastisch. Und wenn man noch ein bisschen was drauflegt für die Nachfolgergeneration, kriegt man optional sogar noch ein Sperrdifferenzial. Auf nach Japan mit den Zwillingen Subaru BRZ und Toyota GT86. Beide Fahrzeuge haben die identische Technik, nur Farben und Ausstattungen, die sind unterschiedlich. Das Fahrzeug hat einen Boxermotor, das zeigt schon mal, die Technik kommt hauptsächlich von Subaru. Wir haben Hinterantrieb und ein fast perfektes Gewichtsverhältnis. Der Sauger ist drehfreudig, das mechanische Schaltgetriebe macht richtig Spaß. Die Serienausstattung aber eher Rennstrecken untypisch. Wir haben Energiesparreifen drauf, die zumindest beim Driften bei nasser Fahrbahn ziemlich viel Spaß machen können. Und der Motor mit seinen 200 PS klingt relativ dezent. Hier sportliche Reifen dazu und ein neues Fahrwerk, da hat man einen puristischen Sportwagen. Nachteile wie hier beim Fiesta, einerseits wir haben viele verbastelte Fahrzeuge auf dem Markt. Das Fahrzeug wird halt eben auch gedrehten. Fahrwerk, Bremsen. Die Technik an sich ist sehr zuverlässig. Es kommt aber einzeln zu Ölverlust und auch Zylinderkopfdichtungsschäden. Naja, das ist ein Boxermotor, dann wird es teuer. Auch ein Nachteil, die Fahrzeuge wurden in Deutschland nicht sonderlich oft zugelassen. Der Markt für die Fahrzeuge relativ gering, man muss also etwas suchen. Die S-Klasse Baureihe 220. Du willst V8 Power, aber gleichzeitig reisen wie auf einer Wolke? Dann hör jetzt mal genauer hin. Die meisten inserierten Fahrzeuge sind richtige Kilometerfresser. Die Laufleistung ist aber an sich bei den Fahrzeugen nicht so wild. Hier geht es vor allen Dingen um ein lückenloses Serviceheft. Worauf man natürlich gucken muss, ist es ein schweres Auto mit viel Power. Bremsen und Fahrwerk sind ein Thema. Wir haben zwei verschiedene Fahrwerke. Die Luftfederung ist ziemlich zuverlässig und noch das Active Body Control Fahrwerk. Das ist extrem geil, was das Thema Kurvendynamik und sowas betrifft. Aber wenn es hier mal undicht wird, dann wird es richtig, richtig teuer. Auch Obacht bei Blechkanten Mercedes-Typisch fängt hier der Rost an. Besser konserviert, für weniger Rost wurde die Mob-Version ab 2003 auch ganz klar erkennbar an den Glasscheinwerfern. Der optimale Motorhilfe ist natürlich der V8 mit 306 PS. Hier sollte man nur immer mal wieder an die Zündkerzen denken. Der Innenraum ist robust. Man sollte nur auf die untere Kunststoffverkleidung der Vordersitze achten. Dort kann es nämlich zu Brüchen kommen, wenn man zu sehr vorne über die Kante rutscht. Wenn die Softlack-Applikationen irgendwie klebrig oder gummiartig sein sollten, dann kriegt man das auch mit Handdesinfektionsmittel wieder ordentlich hin. Der Porsche Boxster 986. Das älteste der vorgestellten Fahrzeuge mit einem Sechszylinder Boxermotor im Heck. Das Fahrzeug macht wirklich enorm viel Spaß, aber es ist ein Porsche. Unterhalt und Wartung sind teuer. Das war die erste Baureihe mit Wasserkühlung und hier haben wir ein kleines Problem, das Thema IMS. Also das Zwischenwellenlager. Wenn dort mal was kaputt geht, dann kriegen wir Metallspäne im Motor und wir können den kompletten Motor ruinieren. Ein Porsche Veteran mein, eine 986, der über 100.000 km gefahren hat, der hat ein extrem geringes Risiko für dieses Problem. Alternativ müssen wir Ausschau halten nach Fahrzeugen, die diese Lager schon getauscht bekommen haben. Vorsicht bei US Reimportern und Rechtslenkern, hier ist die Service Historie oft ein bisschen schwierig. Die Karosserie ist voll verzinkt, also Rost gar kein Problem, zumindest wenn das Auto unfallfrei war. Ein großer Vorteil dieses Autos gegenüber den anderen vier vorgestellten Modellen. Die Vorbesitzer gehen in der Regel sehr sehr gut mit diesen Fahrzeugen um, tunen nicht, verbasteln nicht. Welchen von den 5 Autos würdest du dir am ehesten zulegen, schreib es uns in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da und folge uns für mehr. keinen Fall. Schreib auf! Keine.